Ben und Lina fahren heute den Fluss entlang und entdecken dabei viele Sachen. Eine Seerose. Oh, das sind ja drei Seerosen. Wir haben gerade die Einzahl und die Mehrzahl von dem Nomen Seerose gehört. Und genau darum geht es in diesem Video. Weißt du schon, was ein Nomen ist? Mit einem Nomen kannst du Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge beschreiben. Nomen haben einen Artikel. Du kannst die Artikel der, die, das, ein und eine vor ein Nomen setzen. Die meisten Nomen können in der Einzahl und in der Mehrzahl stehen. Schauen wir doch dazu einmal, was Ben und Lina bei ihrer Fahrt alles entdecken. Dort ist ein Fisch. Oh, da sind zwei weitere. Wie viele Fische kannst du nun sehen? Drei Fische. Du hast hier nun die Einzahl und die Mehrzahl des Nomens Fisch. Das hier ist die Einzahl. Hier geht es um einen Fisch. Und das hier ist die Mehrzahl. Du hast mehr als einen Fisch, nämlich drei. Du kannst dir zur Hilfe auch das Wort viele nehmen. Ein Fisch, viele Fische. Weißt du, welche Artikel hier noch passen? Der Fisch, die Fische. Ben und Lina fahren schon weiter. Siehst du auch, wie die Kinder eine Sandburg bauen? Die Kinder. Ist das die Einzahl oder die Mehrzahl? Die Kinder steht schon in der Mehrzahl. Kannst du nun die Einzahl bilden? Du kannst das Kind oder auch ein Kind sagen. Du siehst ein Mädchen und einen Jungen. Kannst du zu das Mädchen und der Junge die Mehrzahl bilden? Die Mädchen und die Jungen. Der Apfel sieht aber lecker aus. Kennst du auch die Mehrzahl zu der Apfel? Du kannst die Äpfel sagen. Schauen wir uns die Einzahl und Mehrzahl doch noch einmal näher an. Fällt dir bei den Artikeln etwas auf? Die Mehrzahl hat immer den Artikel die. Auch das Nomen verändert sich oft bei der Mehrzahl. Bei Fisch hast du ein zusätzliches e. Was kommt bei der Mehrzahl von Kind am Ende dazu? Hier hast du die Endung e-r. Hat sich auch bei der Mehrzahl von Mädchen etwas verändert? Nein, manchmal verändert sich das Nomen also nicht. Der Artikel der Mehrzahl ist aber trotzdem die. Bei Jungen siehst du ein zusätzliches n am Ende. Du hast am Anfang des Wortes ein Ä und kein A mehr. Es muss also nicht immer eine zusätzliche Endung sein. Während Ben und Lina weiterfahren, schauen wir uns noch einmal an, was wir gelernt haben. Die meisten Nomen können in der Einzahl und der Mehrzahl stehen. Bei der Einzahl ist der genannte Begriff nur einmal vorhanden. Der Fisch Bei der Mehrzahl ist der Begriff mehrere Male vorhanden. Die Fische Die Mehrzahl hat immer den Artikel die. Wie sieht's jetzt bei Ben und Lina aus? Hui! Da haben sie aber etwas Spannendes entdeckt.